Das ist Berlin. Und das. Und das. Und auch das. Wenn Sie hier leben, kennen Sie die Facetten Ihrer Stadt. Wenn Sie Berlin besuchen, lernen Sie viele davon kennen. Und wenn Sie noch nie hier waren, sollten Sie kommen und diese Stadt kennenlernen. Denn Berlin hat was. Und Berlin hat etwas, was nur Berlin hat. Berlin hat Vivantes. Vivantes, der Partner für Gesundheit für die Menschen in Berlin. Vivantes ist ein kommunaler Konzern mit neuen Krankenhäusern, medizinischen Versorgungszentren, Senioren- und Pflegeeinrichtungen, Reha-Angeboten und einem Hospiz. Ein großartiges Gesundheitsnetzwerk für ganz Berlin. Vivantes ist der größte Ausbilder in Gesundheitsberufen und der zweitgrößte Arbeitgeber Berlins. Vivantes, das ist beste Medizin, engagierte Pflege und gesundheitliche Unterstützung in fast allen Lebenslagen. Vivantes ist für Sie da, von Anfang an. Vivantes heißt Sie auf der Welt willkommen. Vivantes unterstützt Sie dabei, Ihre Kinder in allen Belangen gesund großzuziehen. Vivantes begleitet Sie durch ein gesundes Leben und springt ein, wenn mal etwas schiefgegangen ist. Oder nimmt Sie an die Hand, wenn Sie sich verlaufen haben. Vivantes verfügt über modernste Hightech-Medizin. Und vergisst dabei doch nie, dass es nicht allein die Technik ist, die zur Genesung führt, sondern auch das Vertrauen in die Menschen, die hinter dieser Technik stehen. Bei Vivantes engagieren sich Frauen und Männer aus den unterschiedlichsten Bereichen fachübergreifend gemeinsam für ihre Gesundheit. Sie wissen, dass es beim Gesundwerden fast immer um Körper und Seele geht. Vivantes nimmt sich auch im Alter Zeit für Sie und hilft Ihnen, diese wichtige Lebensphase vital und lebensfroh zu gestalten. Vivantes begleitet Sie auch auf dem letzten Weg. Vivantes ist ein Netzwerk, das Wissen und Erfahrung aus allen gesundheitsrelevanten Gebieten vereint. Vivantes kann auf starke Strukturen bauen. Von Gastronomie und Serviceunternehmen bis zur Laborgesellschaft verfügt der Konzern über leistungsfähige Ressourcen. Vivantes gehört Berlin. Und damit niemand anderem als den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt. Lifestyle oder Lebensrettung. Ob glückliche Geburt, gesundes Leben, vitales Altern oder würdiges Sterben. Wir von Vivantes sind für Sie da. Wir von Vivantes sind für Sie da.